Kannst du, wenn du auf diese drei Jahre jetzt zurückblickst, bist du stolz auf dich? Ich wäre, glaube ich, stolzer auf mich, wenn der ganze Scheiß einfach nicht passiert wäre. Ich bin stolz auf mich, weil ich das trotz der Umstände, das geworden bin oder der geworden bin, der ich auch heute bin. Ich bin stolz auf mich, weil in Sachen Musik ich schon immer ein gutes Gespür, ein gutes Händchen und wirklich eine Menge Talent besessen habe und immer noch besitze. Ja, darauf bin ich stolz. Über viele Jahre in meinem Leben bin ich nicht stolz, über viele Entscheidungen bin ich nicht stolz, über viele Dinge, die mir angetan wurden, bin ich nicht stolz. Dinge, die ich ausgestrahlt habe, mein Verhalten meiner Frau gegenüber, Verhalten meiner Freunde gegenüber. Ich bin auch nicht unbedingt stolz auf die Entscheidung, die ich jetzt letzten Endes getroffen habe, weil sie natürlich vor allem meine Familie in eine sehr, sehr unschöne Situation gebracht hat. Unbedingt stolz bin ich nicht, weil ich diese Entscheidung gerade für meine Frau, für meine Kinder schon hätte viel früher treffen müssen. Aber ich glaube, ich habe jetzt in den letzten drei Jahren wenigstens das Richtige gemacht. Ich kann nur von Glück sagen, dass ich all den Scheiß, den ich auch mitgetragen habe und auch mitzuverantworten habe, ich wenigstens so den Mut hatte, in den Spiegel zu gucken. Und einfach endlich mal sehen zu können, was sich ändern muss. So, das hier.